So, jetzt kommen wir zum Hathor-Tempel Dendra. Wir sehen auch hier diesen Durchgang. Wahrscheinlich war auch hier mal ein kompletter Pylon, genauso wie hier. Es ist halt nichts mehr von übrig geblieben, aber für mich liegt die Vermutung nahe, dass da früher nicht nur so ein Tor in der Butnik rumstand, sondern dass das entsprechend aussah wie bei den anderen Tempeln, dass das ein Pylon war. So, jetzt habe ich hier hingeschrieben, die Hathoren kommen von der Venus und sie sind die Wächter des Systems. Das ist eine Information, die auch Melchizedek in seinem Buch Blume des Lebens, gechannelt von Todd, veröffentlicht hat. Und da habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, okay, wenn jetzt die Hathoren wirklich von der Venus kommen und Wächter der Erde oder des Systems sind, dann habe ich eine Frage. Und zwar bei unserem System haben wir ja die... Die Venus näher an der Sonne dran als die Erde. Wenn ich also jetzt von hier außen komme, dann ist es ja unsinnig, wenn ich mir überlege, dass die Venus irgendwie der Wächter sein soll, weil ich kenne mir ja erst zur Erde und dann zur Venus. Wenn ich aber Raumsprünge machen kann, und zwar von Sonne zu Sonne, um die riesen Distanzen zu überbrücken und dann mich nur noch von der Sonne zur Erde bewegen muss, auf konventionellem Weg in Anführungszeichen, dann muss ich zwangsläufig an der Venus vorbei. So würde die Venus ihre Wächterfunktion erfüllen können. Ja, kann man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht von Sonne zu Sonne reisen kann. Vielleicht gibt es ja eine kalte Fusion. Gut, allerdings glaube ich, dass die damals nicht das heliozentrische Weltbild hatten, sondern das geozentrische Weltbild. Und dann sah das Ganze so aus. Und dabei würde es halt auch wieder funktionieren. Wenn ich halt mit einem, wem auch immer, von außerhalb des Systems komme und zur Erde will, komme ich natürlich in einem geozentrischen Modell automatisch an der Venus vorbei. Ja, dieses Sonnensystemmodell oder Systemmodell habe ich von Arte mal gehört in einem Vortrag oder in einer Dokumentation, haben die erzählt, dass als die Jesuiten nach China kamen, die mit diesem Modell, dass halt Merkur und Venus um die Sonne kreisen und die Sonne um die Erde, die Himmelskörper deutlich präziser berechnen konnten als die chinesischen Astronomen. Und das fand ich irgendwie doch interessant, dass es möglich ist, mit einem flachen Erde-Modell, wie man es ja auch bei den Mayas gesehen hat, Himmelskonstellationen extrem präzise zu berechnen. Hier sehen wir wieder diese typische Hathoren, der dreieckiges Gesicht. Das wird als Kuhohren bezeichnet. Das weiß ich nicht, vielleicht sind es Kuhohren, vielleicht ist es auch nur ein schöner Schmuck. Und ihn hier fand ich halt einfach mal oberabgefahren. Da ist so ein kleines Wichtelmännchen. Wir sind etwa einen Meter hoch. Ja, und wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass solche Dinger einfach wirklich gelebt haben und das keine reine Fantasie ist, die da dargestellt wurde, da hatte ich doch Spaß dran, mich mit dem mal zu unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Hier habe ich mal eine Art Opferstein, oder ich weiß gar nicht, was es sein soll, hier eingefügt aus dem Museum in Kairo, wo man halt hier als kleines Detail dieses Gesicht hier wieder sehen kann, was doch eine sehr große Ähnlichkeit mit dem hier hat. Ja, das fand ich auch interessant. Das ist, glaube ich, auch aus einem Granitblock gearbeitet. Auch hier sieht man meiner Meinung nach wieder, wie die Hieroglyphen und die Männchen eine mindere Qualität haben im Vergleich zu dem Rest. Hier ist so eine kleine Rille drin, wo dann hier irgendwie mal eine Flüssigkeit drin war, die dann hier in dieses Becken floss. Sehr schön gemacht. Großes Kunsthandwerk. Hier sieht man noch zwei Alligatoren oder Krokodile. Ich glaube, Krokodile sind es. Ja, und dazu halt dieses kleine Männchen, dieses Gesicht hier oben drauf, fand ich einfach skurril und wollte ich einfach mal zum Besten geben. Wir gucken jetzt das Tor von unten an, so betreten wir dieses Areal. Das erste, was wir sozusagen durchschreiten, ist, oder was wir sehen, dieses Käfer-ähnliche Teil, was der Skarabeus sein könnte, der hier wieder seine Kugel dreht, mit Flügeln. Auf jeden Fall etwas Insektoides. Dann wieder die geflügelte Sonne mit den beiden Kobras. Wie hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Kobras sind irgendwie wichtig. Davon sehen wir jetzt gleich noch um einiges mehr. So, so ist die Frontalansicht. Hier waren eigentlich ursprünglich mal überall die Gesichter von dieser Hardware drauf. Also alles auch schon ziemlich geschändet. Wir sehen wieder diesen typischen Eingang, wo halt das Teil gewollt nicht da ist. Und gehen jetzt ein bisschen näher ran, weil ich hier einfach schön finde, was für eine Arbeit hier die Sonnenscheibe, die geflügelte gemacht wurde. Und das waren alles Kobras hier, also überall Kobras, auch hier wieder Energiebänder aus Stein. Hier windet sich dann noch eine Schlange um so ein Band drumherum. Also das ist wirklich sehr kunstfertig. Ja, ich hatte ja gerade auf die Kobras hingewiesen. Und mir ist die Idee gekommen, dass Kobras vielleicht ein Symbol für Strom sind, weil ein Stromschlag vielleicht ähnlich heftig zeckt wie der Biss einer Kobra. Das war nur so ein kleiner Gedanke, den ich noch kurz dazu packen wollte. Innen drin, ihr seht auch wieder die Größe. Also es ist schon wieder richtig hoch. Ob die Farbe ursprünglich dran war, ob das wirklich alles knallebunt war, oder ob die alte Kultur das ohne Farbe gemacht hat und die alten Ägypter quasi die Farbe aufgetragen haben, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Interessant hierbei ist, ihr seht hier oben diesen schwarzen Bereich an der Decke, also hier oben, das ist noch die Husschicht, die durch die Fackeln entstanden ist. Und die konnte irgendwann mal abgelöst werden, was wir hier sehen. Allerdings war dann kein Geld mehr da, um das halt im ganzen Tempel weiterzuführen. Und so sieht man halt mal den Vergleich vorher nachher. Und wir haben das große Glück, dass wir jetzt auch die Decke mit fotografieren können. So, das ist erstmal ein Wandrelief an dieser Wand hier unten, auf der linken Seite, da ist das. Was ich hier spannend finde, man hat die Hochrelief-Hiroglyphen nochmal extra erhöht. Ihr seht diese Kante hier, das ist total ungewöhnlich. Und natürlich ein Mehraufwand nochmal zusätzlich. Wir sehen hier einen Menschen, nehme ich schwer an. Und hier halt die Hathor, die übrigens einen anderen Stab in der Hand hält, der vorne so eine Art Muschel oder Blume dran hat. Wohingegen er hier als Mann, deutlich gekennzeichnet, auch durch die breiten Schultern, wieder den Aszeptor in der Hand hält. Ja, und der hier steht auf auch so einer Art Tau. So, man sieht wieder diese T-Form. Eine eckige geometrische Form, die eingeknotet ist von einer organischen Form. Das sieht für mich aus wie Pflanzen, die hier wachsen, verknotet sind und dieses Tau halten, auf dem der Mann steht. Also vielleicht auch wieder ein schöner Symbolismus für männlich, weiblich im Verbund. So, an der Decke sehen wir in der Vergrößerung diesen, ich nenne ihn jetzt mal Reptoloiden, weil das für mich aussieht wie ein Echsenkopf und irgendwie wirkt der so ein bisschen echsig, der zwei Teile in den Händen hält. Aber was daran beachtlich ist, die Schulterdarstellung ist eigentlich korrekt, wenn man es so will. Wir sehen hier wieder die Dreieckschulter, die ja so eigentlich perspektivisch nicht richtig ist. Von der Seite müsste man es so sehen. Und das finde ich sehr spannend, dass hier, also man anscheinend in der Lage war, es richtig darzustellen, wie man es hier sehen kann, aber ein Merkmal ist, dass es nicht eingesetzt wurde, zumindest nicht für Menschen, anscheinend aber für diese Gestalt hier. So, hier blicken wir nochmal in das Allerheiligste hinein, was relativ unspektakulär ist, weil da nichts drinsteht, aber auch unglaublich schöne Reliefarbeiten an den Wänden. Da hätte man, wahrscheinlich kann man zu jedem Tempel einen eigenen Vortrag nur über die Reliefs halten, die da in den Wänden sind. Und in diesem Raum hier oben, da sehen wir an der Wand einen Mann, der hier eine Art Gefäß oder irgendwas hält, wo eine Schlange drin ist. Hier unten sitzt jemand. Und hier ist wieder so ein Jabfighter, vier Querbalken, das ist immer das Hauptmerkmal, und diese eine senkrechte, der zwei Arme hat, hier rechts und links, die diesen Körper hier halten. Hier, das sieht aus wie eine Blumenblüte oder sowas, aus der halt irgendwie so ein Schlauch rauskommt, auf dem die hier stehen. So, das gibt es im Keller dann nochmal ein bisschen deutlicher. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Wir treten jetzt in den Keller von diesem Gebäude und sind in einem Gang, der ist vielleicht anderthalb Meter breit, zwei Meter hoch maximal und 20 Meter tief oder so. Also, und man kommt über die, ich gehe nochmal ein zurück, man kommt in diesem Raum hier hinten, ist ein Loch an dieser Stelle in etwa im Boden. Da kann man runter und dann kommt man hier in einen Gang, der unter diesem schwarz gekennzeichneten Mauerwerk hier ist, der hier so horizontal verläuft und der ist in etwa 20 Meter lang. Und in diesem Gang sind wir jetzt drin. Wenn wir da reinkommen und nach links gehen, sehen wir auf der linken Wand das. Wir haben hier wieder die Hathoren. Gehen da nochmal weiter. Auf der linken Seite sehen wir, wie er hier diesen Stab hält mit der Blüte, aus dem die Schlange rauskommt und ein riesiger Horus-Falke sich das anguckt. Auf der rechten Seite sehen wir die Schlange ohne Menschen auf so einer Art, naja, Barke oder keine Ahnung, ja, auch wieder beobachtet von Horus. Ja, hier sehen wir jetzt im Keller auf der linken Seite wieder einen großen, der diesen Behälter hier hält mit der Schlange drin. Wir haben einen Jab-Pfeiler. Wir haben zwei, die sich anfassen und angucken. Eine etwas größere Frau und einen, der das hier noch so stützt. Und dazu sehen wir, wie die Hände an diese Schlange rangehen. So, meiner Meinung nach wird hier, in Anführungszeichen, paradiesische Zustände symbolisiert. Wir haben eine Einheit von einer organischen Form, nämlich der Schlange und diesem geometrischen Jab-Pfeiler. Wir haben die Einheit von Mann und Frau, die sich angucken und sich zugeneigt sind, zugetan sind. Und als nächstes, was sozusagen jetzt hier ein Stück weiter hinten schon angedeutet wird, sehen wir ihn hier. Wir haben also hier wieder so einen eindeutig meiner Meinung nach Reptoloiden, der wieder perspektivisch relativ gut dargestellt ist, weil die Schulter nicht als Dreieck auseinander geht, sondern von der Seite gezeigt wird. Und er hält hier zwei Messer, also spitze Zacken in den Händen, irgendwas, was jedenfalls ein bisschen bedrohlich aussieht, sage ich mal. Ja, was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die Stirnseite aussieht, auf die wir dann sozusagen in dem Gang gucken würden. Wir drehen uns jetzt sozusagen um 180 Grad und gucken auf die gegenüberliegende Seite. So, also was auf hier zu sehen ist, weiß ich leider nicht. Das habe ich also an dieser Wand hier hinten. So, jetzt sehen wir hier wieder einen, der hält diesen Körper und wir sehen einen zweiten Körper. Wir haben die beiden Schlangen wieder. Wir haben hier einen einzelnen Menschen. Wir haben hier wieder den einen, der da noch drunter sitzt. Hier den Jab-Pfeiler und hier einen einzelnen Menschen. Und wir sehen, der Jab-Pfeiler mit seinen Armen hält jetzt nur noch diese äußere Hülle Hülle und nicht mehr die Schlange. Was jetzt hier passiert ist, ist sozusagen die Trennung in, naja, vielleicht, ja, wie soll man sagen, ins Patriarchat. Also es wurde die Trennung zwischen Mann und Frau, bin ich der Meinung, wurde hier dargestellt. Vielleicht der Staat der Dualität, ja, sage ich mal. Auf jeden Fall ist eine Verbindung unterbrochen worden. Und wir haben aus einem auf der einen Seite links jetzt zwei auf der rechten Bandseite. So geht es dann noch weiter. Da sehen wir wieder, wie ein Großer dieses Teil festhält. Ja, und da sehen wir halt auch, fehlt halt der zweite, der auf der anderen Seite noch zu sehen war. Also wir haben zwei einzelnen hier und, ja, vielleicht jetzt mal metaphysisch gesprochen, haben die Reptoloiden den Paradiesgarten erobert, dahingehend, dass sie einen Keil zwischen Mann und Frau getrieben haben. So, das ist eine Alternative, denke, für was das auch sein könnte, was dort dargestellt wurde. Nämlich eine Glöhbürne. Irgendwie müssen die ja Licht gemacht haben damals. Da wir ja schon wissen, dass sie es mit Fackeln nicht gemacht haben. Und es gibt auch die Bagdad-Batterien. Also es sind alte Batterien gefunden worden, die wirklich noch funktionieren. Die konnten also auch mit Strom umgehen. Es ist halt die Frage, ob sie sozusagen elektrisches Licht hatten oder nicht. Vielleicht waren die Wesen, die die, oder die Menschen, die die Hochreliefs erzeugt haben, auch so sensibel, dass die gar keine Lichtquelle brauchten. Kann ja durchaus auch sein, so ein bisschen sonar-mäßig, Fledermaus-technisch oder so. Vielleicht waren die weiterentwickelt und konnten im Dunkeln sehen. Hier stellt sich halt noch die Frage, auf dem Relief in dem Keller hat man ja gesehen, dass es auch Darstellungen gab, wo dieser Jetpfeiler mit den Armen hier keine Verbindung hatte zu der inneren Schlange. Ja, und die haben halt jetzt sich das rausgenommen, was technisch funktioniert. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man dann auch eine Erklärung dafür gebracht hätte, warum es dann einmal anders dargestellt wurde. Das ist etwas, was so ein bisschen gegen diese These spricht. Aber ich finde das schon auch irgendwie interessant gedacht, zumal man das ja auch wirklich in der Realität umgesetzt hat und es funktionierte. Das ist jetzt sozusagen nochmal die Seitenwand näher zum Eingang hin, wo man nochmal die vier Atoren sieht mit skurrilen, auch so eckigen Teilen auf dem Kopf. Ja, hier sehen wir vielleicht dann noch ein technisches Gerät. Beim Lesen von dem Buch von Franz Baden ist mir aufgefallen, dass er von einem vierpoligen Magneten spricht. Und vielleicht ist das ja das, was wir hier sehen, dass wir hier die vier Pole haben. Und hier haben wir noch ein Trennsymbol zusammen mit dieser Kugel oder Scheibe. Und hier oben sieht man, wie so Verbindungen existieren zwischen diesen geometrischen Formen hier und diesem Behälter oder was auch immer das hier darstellen soll. Aber hier gehen halt so, wie so, wie soll man sagen, so kleine Verbindungen gehen halt immer von diesem Behälter aus zu diesen vier Teilen, die man hier sieht. Und ja, vielleicht ist ja hier ein vierpoliger Magnet dargestellt. Hier sind wir jetzt in dem Seitenbereich hier des Tempels. Wir sehen halt hier auch nochmal so eine extra Hathor-Abteilung sozusagen. Jetzt gehen wir hier in einem rechteckigen quadratischen Treppenhaus nach oben und die haben sogar diese Teile hier, diese, was zum Fenster hinläuft, ist alles mit Reliefs versehen. Das ist wirklich, also da ist alles von oben bis unten außer die Decken mit Reliefs versehen. So, hier sind wir auf dem Dach. Wir haben den Mini-Hathor-Tempel auf dem Dach des Hathor-Tempels. An sich schon eine Skurrilität, finde ich, dass man da oben auf dem Dach nochmal so ein Ding hinpackt. Das, was wir hier sehen, sind Luftschächte, die nach unten gehen, rechteckige. Und da kommen wir jetzt zu. So sieht das Ganze von unten aus. Und hier sehen wir eine Liege. Also wir haben hier den Fuß, hier geht es dann so quer und hier ist der Fuß. Hier ist so ein angedeuteter Löwe als Verzierung. Hier ist ein Kopf an einem Menschen, der da drauf liegt. Hier ist der Oberkörper. Hier sind die Beine und hier sind die Füße von dem Menschen. So. Genauso sehen wir hier den Kopf, den Körper und die Füße. Und wahrscheinlich auch auf der und auf der Seite. So. Das ist also ein Luftschacht in dem Raum der obersten Etage. Darüber ist halt Sternenhimmel nachts. Das heißt, für mich ist das ganz klar die Aufforderung, dort unten zu nächtigen. Unter diesem Schacht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder beim Thema Traumtempel sind. Schlaftempel sind, dass dort halt jemand sich hingelegt hat und dann ihm die Träume gedeutet wurden. Für mich ist das jedenfalls eine klare Ansage. Leg dich da hin. Das nächste, was leider noch nicht von Ruß befreit wurde, ist ein Relief an der Decke dieses Tempels, das eigentlich total kurios ist. Denn wir sehen hier den Tierkreis, so wie wir ihn auch kennen im Großen und Ganzen. Noch ergänzt mit ein paar anderen Sachen, aber alle Tierkreise, die wir, Tierkreiszeichen, die wir kennen, sind auch hier schon mit drauf. Also haben wir diese Information über die Tierkreise anscheinend aus dem alten Ägypten. Und ich glaube, in Sumer war das auch schon so zugeordnet. Was an sich ja total skurril wäre. Wenn unterschiedliche Kulturen in den Himmel gucken und der Meinung sind, ach, ich sehe da den großen Wagen und nenne es den großen Wagen und sind aber Tausende von Kilometern voneinander entfernt, dann muss da doch eigentlich schon ein Informationstransfer stattgefunden haben. Weil es ist mir einfach zu abstrakt, wenn ich mir überlege, wenn ich in den Himmel gucke und den großen Wagen sehe, also diese Sternkonstellation, dann assoziiere ich damit keinen großen Wagen. Und das geht mir mit allen Sternzeichen so. Und ja, das ist einfach auch ein schönes Kuriosum. Hier sehen wir nochmal das Original, bzw. nicht das Original, das Original ist hier unten, was im Louvre hängt. Was ich ja an sich auch schon eine sehr üble Dreistigkeit finde, dass man da einfach einen Teil der Decke eines Tempels rausnimmt und das nach Paris bringt. Dann hat man es da ja so halb gesäubert, wie man hier sieht irgendwie. Und das, was man dort jetzt vor Ort zu sehen bekommt, das ist halt ein Gipsimiter, hat es hier hingeschrieben, das auch schon wieder mittlerweile vollkommen verrustet ist. Also es hat keine 150 Jahre gebraucht, um das Ding wieder komplett zu verrusten. Man erkennt halt kaum was, wenn man vor Ort ist. Und das ist halt schon hart, finde ich, das, was da geraubt wurde. Dann habe ich hier jetzt mal eine der radikalsten Chronokritiken, die ich kenne, mit reingebracht von dem Anatolio Fomenko. Ja, kann man sich auch einfach mal geben. Es ist sehr interessant. Der rückt die ganze Jesusgeschichte halt um tausend Jahre später näher an uns ran, was dann auch mit den Kreuzzügen mehr Sinn ergibt, dass die halt kurz nach seinem Tod gemacht wurden und nicht halt irgendwie erst tausend Jahre später. Das ist ja an sich irgendwie schon eine seltsame Kuriosität in der Geschichte, dass es so weit voneinander entfernt ist. Und ja, dieser Anatolio Fomenko hat auch gute Argumente und ist auch lustig und macht Spaß, sich mit dem mal zu beschäftigen. So sieht jetzt der Gang aus, den wir hier an der Seite komplett einmal der Länge nach runter gehen. Ist also auch architektonisch wunderschön gemacht. Und auch dieser Gang ist von oben bis unten mit Reliefs übersät. Ich meine, ihr seht es ja hier. Das ist wirklich dicke, packe, vollgepackt. Das ist ein Tempel für Osiris oder Osiris geweiht. Ich würde sagen, das Osirion heißt deswegen so, weil dort der Kopf von Osiris gefunden wurde. Der Osiris wurde wohl in 14 Teile zerstückelt und über ganz Ägypten verteilt und der Kopf soll in diesem Tempel gefunden worden sein. Und was hier auffällt, ist, dass wir wieder enorm große, stabile Steine haben. Ich glaube, das ist alles Granit, was wir hier sehen. Die aber unverziert sind. Keine Hieroglyphen, nichts drauf, total spartanisch. Wir haben hier einfach einen senkrechten, einen senkrechten und quer einen druff. Und ja, also sehr reduziert. Das finde ich halt irgendwie schon beachtlich, weil das fällt doch ein bisschen raus aus den normalen Tempeln, die wir sonst bisher so gesehen haben. Dazu kommt, dass wir hier so einen Wasserlauf drumherum haben. Also das grüne hier als Wasser, was ihr hier seht. Was auch hier als Wasserlauf dargestellt wird in dem Grundriss. Wobei hier Treppen nach unten führen, in das Wasser rein. Und ja, ich mir nicht sicher bin, ob das so ursprünglich mal geplant war mit dem Wasserlauf oder ob dann einfach irgendwelche Gänge lang liefen. Aber das weiß man halt nicht. So, hier sehen wir das nochmal ganz schön, wie hier die Treppe runterführt. Da konnte man leider jetzt nicht runter, als wir da waren. Ja, aber wir sehen schon, das ist irgendwie eine andere Art von Tempelbau, weil es gibt kein Pylon, es gibt nicht dieses Prinzip von groß nach klein. Also das ist einfach ein ganz anderer Stil von Tempel, das wir hier sehen können. Das ist die Blume des Lebens, die auf dieser Säule hier drauf ist, in mehrfacher Ausführung. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es keine Farbpigmente oder sowas, die man analysieren konnte. Das ist irgendwie in den Steinen belichtet oder, also man weiß nicht, wie dieses Ornament dort aufgebracht wurde. Das ist an sich ja schon ein Kuriosum, dem man eigentlich mal weiter nachgehen sollte. Ja, jetzt sehen wir hier nochmal, interessant, wie auch in dem Allerheiligsten von dem anderen Tempel, was wir gerade hatten, dass der Durchgang hier, den wir hier sehen, aus einem anderen Stein gebaut ist. Also das ist definitiv ein anderer Stein als das hier, diese Wandverkleidung. Also auch hier wieder dieses Prinzip, Durchgänge sind irgendwie anders. Hier sehen wir jetzt nochmal ein paar Hyroglyphen und Reliefs auf dieser einen Wand. Das ist mir nicht ganz klar, warum sie nur die eine Wand beschmiert haben und nicht gleich auch den ganzen anderen Rest. Und was hier interessant ist, diese Aussparung, die wir hier sehen an der Stelle, was ja zeigt, dass es so eine Art Verrutschschutz gab. Also die sind ineinander gefügt. Hier sehen wir wieder so eine Aussparung, wo da wahrscheinlich der Stein, der da drauf lag, entsprechend eingepasst war. Also stabiler geht es wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist schon, und ingenieursmäßig natürlich eine absolute Meisterleistung, in solche harte Steine solche Verfugungsdinger hier reinzubringen. Hier nochmal der Gegenschuss, dass man einen kleinen Eindruck nochmal davon bekommt. Und jetzt kommen wir hier zu den Ablagerungen, die man über dem Tempel sieht. Und da ist eine Schicht auch, so wie ich es verstanden habe, mit Salzablagerungen dabei, die wiederum, wie wir das auch beim Hatschitzu-Tempel hatten, eigentlich nur aus dem Norden gekommen sein kann. Die definitiv über diesem Tempel ist, wo halt dann auch der Schluss nahe liegt, dass halt die Sinnflut diesen Tempel mal überflutet hat. Ja, was ich mich hier frage auch, ist, wo ist denn eigentlich die Decke geblieben von diesem Tempel? Das sind ja auch wahrscheinlich wieder tonnen-schwere Scheine gewesen. Und die wird man nicht so easy einfach abgetragen haben können. Und dazu habe ich jetzt mal ein kleines Mini-Rekonstruktion gemacht. Hier sieht man mal, wie man halt dieses Grüne, wären dann halt die ersten Querbalken, von denen jetzt noch ein paar da sind. Hier würde entsprechend einer weitergehen. Da drauf hätten dann die Roten gelegen. Da sieht man hier hinten, das ist so einer von denen, die noch vorhanden sind. Und auch hier, das wäre das, was jetzt hier rot angedeutet ist. Und da drüber quer, wären dann halt nochmal so richtig dicke Blöcke gewesen, die einfach fehlen. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, wo diese ultraschweren Steine geblieben sein sollen. So, jetzt kommen wir zum Abydos-Tempel von Sethos dem Ersten. Auch hier wieder ein bisschen anders von der Bauart her. Kein Pylonen, sondern einfach nur Säulen. Das erinnert also eher an Hatschepsut von der Architektur her. Und dann diese L-Form, die halt total unkonventionell ist, wo es halt dann irgendwie hier diesen Nebenbereich noch gibt. Dieser Weg, diese Treppe hier, die führt zu dem Osirion, das wir gerade gesehen haben. Also das ist alles relativ nah beieinander. Hier nochmal von der Größenanordnung und eckige Säulen außen, dass man einen kleinen Eindruck bekommt. So sieht das Ganze drinnen aus. Auch hier ist es vom Prinzip her wieder so groß, klein, kleiner, kleiner. Also je weiter man reinkommt, desto kleiner wird es. Ja, aber ihr seht auch die Konfektionierung. Die Dimensionierung ist schon ordentlich hier. So, hier finde ich interessant, wir haben eine Mischung aus Hoch- und Tiefrelief. Wir sehen halt hier dieses typische Tiefrelief, was wir ja schon mal angesprochen hatten. Und hier unten aber die Reihe von den Angs, die ist perfektes Hochrelief. Und ich glaube, dass diese Wand mal ganz glatt war und als einziges Ornament diese Ang-Reihe hatte. Das sah früher alles viel aufgeräumter im Originalzustand aus. So sehen wir jetzt, wenn wir ein bisschen tiefer in den Tempel reingehen, wie die Wand-Ornamente, die Reliefs an diesen Wänden aussehen. Und hier ist es halt wieder das perfekte Hochrelief. Also wir sehen da, warum sollten sie das an der Wand perfekt hinbekommen und an der Wand hier nicht perfekt hinbekommen. Das ist irgendwie seltsam. Ja, hier nochmal dasselbe, dieses Tau, was wir eben auch schon gesehen haben, wo der Mann drauf stand, bei dem Relief in Dendera, verknotet durch irgendwelche, naja, in dem Fall sieht es nicht mehr so viel sehr nach Blumen aus. Das sieht irgendwie auch eher so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Zylinder von einem Motor, keine Ahnung. Das sieht irgendwie ein bisschen technischer aus. Ja, und dieses Ornament ist das, was man hier unter dem Thron hier unten in dem einen Viertel des Thrones sehen kann. Oder Thron ist vielleicht auch falsch, einfach der Sitzgelegenheit. Hier fand ich interessant, dass sie halt mit so einer Art Stempel diese Textur von der Kopfbedeckung sehr schön hinbekommen haben. Das ist auch ungewöhnlich. Und wie hier die Schlange sich verdreht, ist auch sehr ungewöhnlich, dass die hier so einen Extraschlenker noch macht. Oreo-Schlange heißt die, soweit ich weiß. Ja, hier sehen wir mal Anubis, den Scharkalköpfigen, wie er halt hier einen Mann irgendwie mit dem Arm nach hinten so ein bisschen hält und unterstützt am Ellbogen hält er ihn noch. Und hier denke ich halt, weil die Farbe auch so relativ liederlich ist, könnte man durchaus vorstellen, dass das alles mal unbemalt war im Urzustand. Hier sehen wir wieder eine Hathurin, erkennbar an der Scheibe mit den Hörnern, die hier wieder dieses Ank verabreicht oder zum Schnuppern hinhält, was auch immer. Und auch sie hat aber diesmal ein Asceptor-Hand, wie man hier sehen kann. Hier wieder Schuko-Stecker unten und oben dieser kleine Haken. Ja, das sind einfach nochmal ein paar Eindrücke davon, wie das ein bisschen tiefer drin im Tempel aussieht, hier ganz weit hinten. Da sind wir jetzt. Und auch hier natürlich wieder das Lichtding, wie wenig Licht da reinkommt. Wären hier keine Beleuchtung, würde das relativ finster sein in diesem Tempel. Ja, jetzt sehen wir nochmal auf die Wand mit den drei Kammern. Auch hier alles übersät mit Reliefs, auch richtig schöne Sachen dabei. Davon sehen wir jetzt hier eine. Da ist der Jet-Pfeiler mal in einer anderen Form dargestellt, ein bisschen breiter, auch wieder die vier Querbalken. Und wird hier von einem überreicht. Also das scheint ISIS zu sein, weil wir haben ja wieder diese geometrische Form oben auf dem Kopf drauf. Und sie bekommt diesen Jet-Pfeiler überreicht von jemandem. Hier steht nochmal ein zweiter Jet-Pfeiler, der irgendwie eingewickelt ist in einem Tuch. Und ja, also skurril, skurril, skurril. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Hier fand ich es sehr schön, hier sehen wir wieder Tod, den Ibisköpfigen. Mit zwei Stangen in der Hand, was total selten vorkommt. Wo wir einmal eine Kobra sehen, die das Symbol Ober- und Unterägypten jeweils auf ihren Köpfen haben. Wobei das natürlich auch eine Spekulation ist. Es muss nicht das Symbol für Ober- und Unterägypten sein. Also diese Bedeckung hier, die ich hier meine. Diese beiden. Aber so wird es halt genannt. Auch hier wieder das Ank wird entweder zum Schnuppern oder zum Lutschen oder zum Runterschlucken verabreicht. Fand ich auch eine sehr spannende Darstellung. Auch hier wieder. Ich bin nicht der Meinung, dass das hier oben eine Kopfbedeckung ist, sondern das geht hier aus dem Kopf raus. Das ist irgendwo irgendeine metaphysische Darstellung. So, hier die Hände. Jetzt schaut mal an, wie diese Hand hier aussieht und wie diese Hand aussieht. Also die Hände sind das Hauptproblem. Sie kriegen selten hin, die Finger so zu machen, wie sie bei uns eigentlich heute aussehen. Die Hände sind eigentlich immer katastrophal. Und bei ihm hier mit seinem Elektrokabel für seine Sonnenpaneele, die er auf seinem Kopf hält, ist es perfekt gelungen. Also die Handstellung und so, die sieht hier richtig gut aus. Und das ist halt schon eher selten. Bei ihm hier genauso. Da läuft es, also da hat es funktioniert mit der Handstellung. Was ich hieran halt schön finde, ist, hier sitzt ein Mann auf dem Schoß einer Frau und sie krault ihm das Kinn. Das ist doch fantastisch. Ja, hier nochmal der Säulenraum, der hier hinten angelagert ist. Und jetzt kommen wir zur Götterliste. Das ist also auch eine Skurrilität, die wir da sehen. Wir haben also diesen Flur, der hier mit der 14 gekennzeichnet ist. Wenn wir jetzt von hier kommen, da reingehen, sehen wir auf der linken Seite die Königsliste und auf der rechten Seite die Götterliste. So, zur Königsliste wurde halt schon eine Menge herausgefunden und es endet mit, hier, seht aus dem Ersten. Das ist der Letzte, der da aufgeführt ist. Allerdings sehen wir nach Amenhotep dem Dritten, dass Haremhab kommt. Und Haremhab, eigentlich müsste jetzt nach Amenhotep dem Dritten, der Amenhotep der Vierte kommen, das ist nämlich Echnaton gewesen. Dann Semenkare, das war Nofretete, dazu komme ich später noch. Und dann noch Tutanchamun. Und damit wäre diese Königsliste eigentlich beendet mit Tutanchamun. Aber, ja, hier wurde einfach mal was weggelassen. Was ich hieran noch skurril finde, ist, dass Ramses II. es nicht fertiggebracht hat, in dieser Liste noch irgendwo seine Kartusche unterzubringen. Das wäre eigentlich zu erwarten gewesen. Bei dem, so wie ich jetzt mittlerweile Ramses II. einschätze. Gut, aber wir sehen, hier ist eine Geschichtsfälschung vollzogen worden. Ja, der Grund liegt so ein bisschen darin, dass Echnaton so unbeliebt war, dass nach seinem Tod versucht wurde, sein gesamtes Vermächtnis zu zerstören. Dazu kommen wir dann später noch. So, und das hier ist die Götterliste. Und darüber findet man so gut wie nichts im Internet. Es ist also schwer, da irgendwelche Informationen zuzubekommen. Und es wäre natürlich schon mal interessant zu sehen, was da für Götter unterwegs waren und was die so, ja, wie alt die wurden, was die gemacht haben. Das bestimmt, glaube ich, ist das hier die wichtigere Wandtafel, die wichtigeren Informationen als die Tafel gegenüber. Ja, nach Minen gibt es auch eine Ausgrabungsstätte. Da scheint es auch einen riesigen Tempel gegeben zu haben. Auf den Bildern kommt es hier jetzt nicht so raus. Das geht halt auf der anderen Straßenseite noch weiter. Also hier unten, oder hier oben vielmehr, ist eine Straße und dahinter gehen dann noch Ausgrabungen weiter, die auch total tief sind. Und das ist also auch wieder eine riesige Anlage. Und was ich ja vorhin bei den Statuen, bei der Aufreihung der ganzen Statuen schon gesagt habe, das ist die größte Statue, eine Frau, die man aus der Antike gefunden hat. Und ja, sieht meiner Meinung nach auch so leicht persisch aus von den Gesichtszügen her. Hat auch wieder so ein bisschen breiteres Becken. Ist jetzt nicht ganz so extrem wie bei dem Echnaton, aber so vom Stil her schon ähnlich, finde ich. Ja, hier bin ich der Meinung, gibt es hier so eine Aussparung, die man hier ganz gut sehen kann, so eine Führung. Da war bestimmt mal noch ein Steinschmuck drauf, vielleicht eine Horeo-Schlange oder irgendwie sowas. Ja, und auch hier, wie schön das gearbeitet ist, also wie detailverliebt. Das ist also schon eine beachtliche Kunst. Jetzt springen wir gleich zu dem hier hinten. Ich denke mal, das wird wie bei anderen Tempeln gewesen sein, dass man halt Statuen in ganz vielen verschiedenen Größen dort gesehen hat. Ja, hier nochmal zum Thema Mat-Fossils. Hier sieht man, das ist leider nur sehr dezent zu sehen, aber hier, das könnten so, das sieht aus wie zwei kleine Kreise und das könnten Elle und Speiche sein. Also vielleicht hat man hier mal so ein gutes Beispiel für die Fossilierung von geweblichem Material. Auch hier sind so, das sieht aus wie Löcher. Also das ist irgendwie, ja, schon, ja, so ein kleines Indiz vielleicht für ein Mat-Fossil. Ja, was auf jeden Fall auffällt, ist, dass das Ohr viel zu hoch sitzt. Aber dazu komme ich auch später nochmal. Und hier nochmal am Detail einer kaputten Statue, die da am Rand steht. Was ich hier oben interessant finde, ist, dass man sehen kann, dass das Ganze hier nicht maschinell hergestellt wurde, sondern wirklich jemand mit viel Mühe das alles per Hand hier gemacht hat. Man sieht ja, dass es halt nicht dieselben Abstände hat hier. Dieser Balken ist ein bisschen größer, hier ist so eine kleine Delle drin. Das verspielt sich alles auf die Entfernung. Aber es zeigt ja deutlich, dass diese Statue hier mit, zumindest die Verzierungen, ich denke auch der Rest mit der Hand gemacht wurden. Und dass die da anscheinend aber auch irgendwie keine Lineale hatten oder irgendwie sowas. Also das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, weil der Perfektionsgrad ist ziemlich hoch. Und auf der anderen Seite hat man halt hier, ja, also keine, ja, mit den Geraden hatten sie da anscheinend so ein paar Probleme. Und auch hier könnte man ja immer dieselbe Form nehmen. Und das ist aber hier ein bisschen dicker als hier zum Beispiel. Ja, und wie schon gehabt, man sieht halt hier die Kartusche wieder im Tiefrelief. Ja, ist meiner Meinung nach nicht von dem Erzeuger dieser Skulptur. Hier sieht man auch noch schön, wie dieser Dolch hier im Hochrelief ist. Und, naja, die Kartusche im Tiefrelief, wie wir das schon oft gesehen haben.